Hallo Leute, herzlich willkommen wieder bei der nächsten Folge von Minecraft. Jetzt hier ist euer guter Sachsi und auf den schönen gemütlichen Thron und wir spielen weiter wo wir haben aufgehört ich bin gerade von gegebenenommen und gerade nicht aber ich habe noch ein bisschen nichts aufgegangen weil ich war nicht faul für ein reich aufnehmen und regnen wie sau so heute was mir tierisch nervt seit paar folgen ist die weg ich weiß nicht was man mir heute ganz gern muss ich Gute checken. Also erstmal Kies. Wir mal sehen ob das passt ... ich kann man heute kies und von tag aus hat gerade angefahren okay nicht gerade schon leuchten so wie ich sehe die weizen fahren wir ja schon geweitert ok hier wird wahrscheinlich ende sein so soweit wie gut ich hoffe es reicht momentan die kies aber theoretisch sieht gut aus jo ist klar ich weiß ob sie gute aus schauen wir mal gleich ist schon leer so was man bisher so hier haben wir hier geht ein ich muss ja ein bisschen mehr zocken ich habe ein bisschen verlernt denn steuerung baupläne muss man das noch gemacht werden aber macht gar nichts und wir checken das sowas wie vollkommen gut so das haben wir sitzt knapp aus aber aber ich habe es schafft hoffe ich es nicht schafft mir fällt noch ein noch ein start aber es ist gut aus so erstmal sage ich so das haben wir erweitert hier fehlt uns da braucht man auch türen wir haben hier eine türen so nächste türen äh einmal haben wir natürlich das brauche ich natürlich und eine spitzhacke die müssen wir abbauen so schnell wie möglich oh komm ich hasse es die erz so musste so springen äh toll wieso wieso muss ich immer bleiben oh ja treff noch beschissen ich habe so ein treff wie ein kleiner kindchen so jetzt haben wir das holz wird gleich weg sein sehr schön so nicht fackeln fackeln sind böse aber nicht hier drauf hier drauf hier drauf äh gerade nochmal 6 aber egal so macht mir erst mal das das habe ich vergessen so 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 ups so jetzt passt so jetzt sieht es sehr schön aus muss ich sagen also theoretisch ist es auch gut wie fertig nur es gibt gleichen probleme so wie war es nochmal 1 2 3 4 5 6 so wie hier habe ich geahnt habe ich so 1 hier 2 und hier mal so 1 2 3 2 3 3 4 5 6 hier 2 3 4 6 3 das ist schon hier 5 3 4 5 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 6 genauso ist fertig die nächste bitte 1 2 3 4 5 6 und wir 1 2 3 4 5 6 habe ich mich verzählt das schon wieder 1 2 3 4 6 1 2 3 4 5 6 ah ne habe ich mich nicht verzählt das ist kürzer doch stimmt war sowas eigentliches 1 2 3 4 5 6 ich denke hey habe ich mich verzählt oder was so machen so das machen so ne gleich ist nacht 1 2 3 4 5 6 oben 1 2 3 ah komm nicht auf die straße machen ist nicht so gut ungesund ungesund ja ist klar ich mache einfach auf die straße und man ist ungesund juhu schädel meine schädel was habe ich mit schädel 3 4 5 6 7 wett 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 6 7 wie komme ich 1 2 3 6 7 1 2 3 4 5 6 so 1 das wird schon mich verarschen komplett auf ganze linie wahrscheinlich ja so wenn die weißen es gibt es ist bald nacht wir brauchen wir brauchen bevor wir packen brauchen machen wir was tolles das wäre scheiße weg werbel essen wir wollen helfen alle wollen helfen beide bekommt alle wenn ich alle bekomme dann schon so du bekommst 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 der weg 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 da habe ich so übertrieben viel kühl ich glaube werde schlachter zeit und das wäre sehr schön weil ich brauche langsam fleisch nein 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 auch nicht ja habe ich noch nächsten auch nicht auch nicht auch nicht ja 15 14 13 ah wie lange wird das ganze Sticks schon wieder feuer 12 ok dann lassen wir das sollte schon erreichen theoretisch juh 12er Sticks ist schon so gut wie weg hier rein also das sollte schneller wechseln dann wird er noch besser so essen mäßig brauche ich so nächste folge muss ich die ernten weil ich heute habe ich das erweitert und so weiter und so fort ich brauche noch Holz da haben wir noch Holz also das machen wir so so zack 40 das machen wir so da haben wir so mhm so äh so 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 passt super mehr als genug welcher dank es ist schon nacht super so sollte sein so sollte nicht sein natürlich äh äh was machen wir jetzt was mache ich jetzt was will eier essen wollte ich genau mit perg mhm brötchen na ne zwei drei komm ich weiß ich werde ich knapp mit essen erst aber bald gibt es schlachter zeit schlachten zeit das heißt es werde bald echt genug essen geben weil momentan bis die alle erwachsen sind noch nicht gewachsen sind dann lasse ich lieber so und ja äh juhu gehen wir mir geben heute nicht meine ich werde sagen leute wir angeben heute sofort mit aller schnellste weg schlafen heute das wäre fast schon ich weiß war kurze folge wie immer aber ich irgendwie weiß nicht was soll ich machen meine ich werde euch schon wieder quillen theoretisch ja ist schon langsam nötig zum ins mine gehen wegen kiss und so weiter und so fort aber leute ich werde sagen für diese folge das war's und wir sehen uns nächste folge tschüss Bis nächste